So, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. Wie ihr vielleicht bei der YouTube-Nachricht, die ich gepostet habe, gesehen habt, ist mein Fraps mir durch den Wind gezogen. Heißt, irgendwie ist es kaputt gegangen. Und weil ich keine Lust hatte, mit dem MSI Afterburner aufzunehmen und zusätzlich noch mal eine Audiospur aufzunehmen und erst dann am Ende alles zusammenzuschneiden, weil ich da einfach viel zu wenig Zeit fahrte. Äh, hab ich einfach mal Fraps den installiert, wieder neu installiert und so weiter und so fort und jetzt, äh, also, ich hab ein paar Testaufnahmen gemacht, im Multiplayer läuft's und ich denk mal, da wird's auch im Singleplayer laufen. Hab deswegen jetzt die Grafikeinstellung ein bisschen angepasst, ein bisschen runtergeschraubt, aber das müsste eigentlich trotzdem laufen. Das werden wir ja sehen. Wir sind jetzt bei der Mission Comrades. Und eigentlich sollte das mal langsam, äh, geladen haben hier. Bei mir ist es immer so, dass es, wenn ich Battlefield zum ersten Mal starte, seitdem der PC neu gestartet ist oder es überhaupt hochgefahren ist, dauert es mal ewig, bis das Spiel mal an ist, zumindest im Multiplayer, und wenn es dann schon einmal gestartet ist, aha, es geht, dann geht's eigentlich relativ schnell immer. So, wo sind wir jetzt hier? Da müssen wir hin, da leuchtet's. Dann gehen wir da doch mal hin, oder? Zack, zack, ich hab Hut gemacht. Ah, richtig, ich hab den Anfang jetzt verpasst. Da ist, sind wir durch so'n, durch so'ne Gegend gefahren in so'n Auto. Das war in der Aufnahme, wo's so, wo's nicht funktioniert, wie gesagt, mit Fraps, und das hat er anscheinend jetzt, äh, ja, nicht mit drin. Ich dachte, das hat er automatisch mit drin, aber anscheinend wohl doch nicht. Und da ist ein Gegner. Wer ist Dima? Bin ich Dima? Ich bin Dima. Oh, 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 ich weiß nicht, ob wir das jetzt eigentlich machen sollten. Ich glaube. Er hat gesagt, kill die. Hab ich sie gekillt. So, ist hier noch irgendwo einer? Da ist noch einer. Ich glaube, das war's. Oh, hat er die F2000? Nehme ich mir mal die F2000. Die ist ganz geil. So, die sind hier runtergelaufen. Und ich will auch mit. Wartet auf mich. Oh, da sind sie da. Oh, fuck. Mehr Gegner. So, ich glaube, die sind alle dort. Dort sind sie alle. Alle tot. Wow. Welcher Spaß war das denn? Am Arsch, ey. So läuft das hier nicht, mein Freund. Einfach mit der Small hier auf... auf arme kleine Soldaten gehen. Ich finde es mir so doof, dass man sein Leben hier nicht sieht. Ich weiß nicht, wo der Gegner steht. Nein, das Licht blendet mich. Da, ich sehe sie. Da hinten stehen sie. Und da ist auch noch einer. Uh, das war knapp. Okay. So, der ist auch down. So, wo ist denn noch einer? Ach, hier ist ein Auto. Boah, das war ein Header. Das war ein richtig schöner Header. Das war ein richtig, 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 richtig schöner Header. So, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Abschnitt B. Hier ist keiner. Sieht ein bisschen aus wie die Gänger bei Aftermath, oder? Bei dem DLC, falls ihr das nicht kennt. Okay, to the left. So macht man das. Oh, fuck. Erstmal schon die Gasmaske aufgesetzt hier. Weil, ist ja gefährlich hier mit Gas. Was ist das, was ist mit dem, lebt er noch? Nein. Wow. Wo kommt der denn her? Geh weg. Stirb. Stirb, komm. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Jawohl. Und runter mit dir. Oh, was passiert da denn? Geile Scheiße ist das. Geile Scheiße ist das. Komm rum. Feiner Junge. Feiner Junge. Fein gemacht. Haben wir sie jetzt alle da? Von hinten mit der, was ist das? AK-74. Ey. Aber reloaden, komm, zack. Wenn du mit dem hässlichen Kopf mir nicht die ganze Zeit im Weg stehen würdest, würde ich die auch mal erschließen, endlich. Ich würde sagen, der ist down. Ach, das sind unsere Kollegen hier. Was liegt hier denn? Blumen? Was machen denn Blumen da auf dem Boden? Hä, von wo denn? Ach, da oben. Puh, das war jetzt knapp. Hoho. Holla, die Waldfee, sag ich da nur. Holla, die Waldfee. War das die... Was? Was stand da? Hey, das Spiel will mich verarschen. So, wie komme ich nicht hier hoch? Ah ja, hier. Und das sieht ein bisschen aus wie in Close Quarters. Komisch. Warum das nur liegt. Ja, wer macht die denn jetzt auf? Ich bestimmt nicht. Du, feiner Junge. Was habe ich denn für ein Messer hier? Sieht so aus ACB90, das Premium-Messer aus wie das, wie das, was ich gerade hatte. Das wünsche ich jetzt aber schon mal gerne. Ich habe dich gefickt. Ich habe dich gefickt. Ich habe dich gefickt. Euch auch. Dich auch. Und dich. Und euch auch mit der Nähe. Und boah, wie ich sie gerade wegficke hier. Das unglaublich. Habt ihr gesehen, wie der hochgeflogen ist? Habt ihr gesehen, wie der weggepatzt ist? Habt ihr das gesehen, Leute? Ah! Ah!